Wir haben heute Samstag, das ist sozusagen unser Base-Day. Da haben wir eigentlich frei in der Regel. Trotzdem kann ein Zugführer mal sagen, wir machen heute noch mal kurz das. Wo fahren wir hin? Wir wollen jetzt auf die Schießbahn. Was machen wir da? Hast du Bock? Immer. Sehr gut, ich auch. Was machst du gleich? Ich müsste MG anschießen, oder? Radadadada! Was haben wir heute gemacht? Ja, wir waren heute draußen. Handwaffen anschießen. G36 für die Kräfte Bravo, MP7 für unsere Richtladeschützen. Genauso wie die MG5, die wir im späteren Verlauf als Füller-MG nutzen werden. Und war gut heute? Kein Kommentar. Nein, das schießen die freiungslos. Dementsprechend kann man auch zügig durch. 10 MP7, 5 Maschinengebiere angeschlossen. Und deswegen jetzt zum Mittag wieder drin. Und jetzt müssen die natürlich alle nachbereiten werden. Hallo! Ist es fertig, oder? Wir sind fertig. Aber nicht nur mit der Haube. Ja, wo ist es? Ja, wo ist es? Das ist gut, ja. Das ist gut. Ich bin aus. Hör auf zu filmen, Mann. Fertig, Symphonie. Also es geht immer noch einen Schritt weiter. Schaut in der nächsten Folge rein, damit ihr wisst, wie es weitergeht. Ich muss auch noch was sagen. Ich muss auch noch was sagen. Ja, also Arbeitstag vorbei, jetzt gibt's noch schnelles Abendessen. Wenn ihr sehen wollt, wie wir noch die Pasta zu Ende machen, dann schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und dann sehen wir uns. Schön. War das so geplant? Für zwei in einen würde ich sagen. Ja, ja.